Bis, Leute. Willkommen zu einem neuen Stream. Und ja, mit Jaden, dem kleinen... Guten Tag, mein Meister. Und ja, es sind heute Autos reingekommen. Äh, warum kreativ? Okay, dann spielen wir zuerst kreativ. Ja, heute sind wir Autos reingekommen. Wir haben beide schon ein paar Runden gespielt. Aber auf Stream, ähm, ja, wir sind beide jetzt erst angekommen. Ich hab zu Benni gesagt, einmal bitte streben starten. Ja, und jetzt drehen wir ein bisschen was für euch. Wir spielen jetzt ein bisschen kreativ zum Einspielen. Und dann werden wir ein bisschen Durst durchsuchten. Und vielleicht am heutigen Tage mindestens fünf bis zehn Wins holen. Wenn's gut klappt. Naja, gestern haben wir ja drei Siege hintereinander geholt. Ja, nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Stream. Und das war's von meiner Seite. Ich geb weiter an Ben. Tschüss. Mhm, gestern haben wir auch drei Siege geholt hintereinander. Aber leider bin ich dann aufgegangen. Das war vorgestern. Weil die Gegner gekillt haben. Und mich. Das war vorgestern. Das war gestern. Nein, vorgestern. Doch. Wir haben nicht so spät am Abend noch drei Wins geholt. Doch, haben wir gestern. Da bin ich doch aufgegangen auf einmal. Ja. Ja. Ja, genau. Peace, wer auch immer mir grad zuguckt. Iro. Ich chatte. Jo. Oh, bitte. In der Map. Zck, zck. 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 So, mit welchen Waffen wollen wir machen? Äh, Hauptsache keine Spray Waffen. Okay. Keine Spray Waffen, okay. Ich nehm ne Golden Scar. Dann da hinten nehm ich das Blau. Ich nehm, ich hab's gar nicht Spaß mit. Und Granatenwerfers. Weil damit kann man sich besser einspielen mit Granatenwerfer, weißt du? Äh, Granatenwerfer? Ben? Hm? Granatenwerfer wo? Nein, ich, ich meine jetzt diese Impulsgranaten. Dann kann man sich eigentlich spielen mit Granatenwerfer. Also, du nimmst ja immer die Pumpkan. Ja, halt trotzdem. Okay, dann nehm ich noch ne Schniepum. Dann kann ich mich nochmal, ich, äh, lass mich nochmal respawnen, ja. Ich hab mir das schon was ab jetzt wo gemacht. Dann nehm ich mir noch Schalding. Dann. Dann. Komm, komm rein, komm rein. Ich will... Ich bin so los gerade, Alter. Ich kann kaum meditieren weil ich weiß halt nicht... Äh, was können wir? Okay. ja der hat one shot brauchst du mich nur zwei mit der fangst zwei mit der ganze Zeit ja gg ja Monique ist live äh michael oh das war seine wand ja er passt doch durch die wacht alter ja ja ich hole gleich ne andere pann aber ich hole auch ne spaste aber ich hab nur ne blau ja ich kann überhaupt gar nicht bauen alter ach ich hole mir zum schwarzen alter ja das weiß sie nicht das nö dass sie leise ist ja sie hat nicht so ja ähm ja 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 das ist doch macht nämlich nicht Spaß wenn nur wenn du sagst schließt mich mal bitte kurz nicht ab und dann auf einmal weitermachst ja ich hab doch gesagt ja ich weiß nicht ja ja ich hab mich halt noch nicht ich muss sagen wenn wir rausgehen ich ja ich ja ich das ja das das ich ich das das Ja, das ist halt wieder genau in mir. ähm ähm Junge alter was denn hör doch einfach auf mal mit den Granaten reinzuhellen du hast den Grappler und du hast das einfacher ich benutze ihn nicht ja aber ich muss auch irgendwie hochkommen ok ich hab zwar Bau-Menü ähm ich dachte ich hab die Pumpen an oh ja äh äh ja gg anscheinend will sie Nico heute nochmal online kommen damit ihn vorher nochmal einsackt eh, egal was ist denn das Wolleys kann ich jetzt auch weiß ich warte naja Bisschen los, genau wie ich. Du bist halt ohnehin gespielt, ne? Stabil, stabil. Hey, ich hab sie doch vorher richtig saftig hinbekommen. Dann steh ich die wieder an, aber dann können wir... Oh lol, ich hab dir einfach geholfen. Du Sparger Jahrzehnten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hm... Ähm... Ach, ich verlass jetzt, mach den Puff mehr. Geh, wir gehen. Oh, äh. Falsche Taster hoch. Lululululululululul. Tsch. Ah. Neuigkeit Ich bin stark, ich bin groß Digga, das Kind ist voll hässlich Digga, das Kind ist voll hässlich Digga, das Kind ist voll hässlich Ich bin der Erste, der wieder... Ach, hier gibt nichts. Äh, Busfahrer bedankt hat. Catty, ne? Ihr wollt's, Decker! Erstmal Autofahren. Wir können ja dann, wir können ja zum Beispiel Plätzen planten. Dann werden wir die, ähm, äh, hier. Bis zum Ende der Runde, bis wir ins Late Game kommen, nur mit dem Auto fahren. Lass hier drüben hin. Ja, kann man gar nicht. Kann man die Laster auch fahren? Ja, kann man. Nein, ich mein mit den Hängern dran, ne? Nein, das nicht. Okay, dann lass erstmal kurz Waffen holen. Okay, hier gibt's keine Waffen, GG. Doch, im Truck, ne? Man kann... Ich dachte schon. Ey! Ich dachte schon. Ey! Nu, 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 nu. Hol dir erstmal ne Waffe hier! Nimm den Laster! Wie fahr ich? Äh, du musst einfach dein Joystick oder deine Schießtasten doof nehmen. Einfach den Joystick nach vorne. mein tank ist leer was aussteigen langer er werde ihn angeschossen er werde ihn auch angeschossen die sind da drüben bei tresor ungefähr aber einfach habe ich hab bei uns Pets? Ja. Ah, ich werd' abgeschossen von Kitty, Digga. Ich werd' von Kitty. Warte mal, ich... Kitty ist da vorne. Ja? Komm hier um die Ecke, komm hier um die Ecke, genau. Wir haben beide bei Kitty gilt. Wir haben aimboot. Kit stand hinter dir. Ich weiß. Ja. Trotzdem hat ihr aimboot. Alle haben aimboot. Alle haben aimboot. Also, Ben, ich würde jetzt sagen, wir landen in Pleasant und dann... Aha. Äh. Aber woanders und dann... Äh, ne. Äh, ne. Ähm, du kannst im Pleasant Park landen. Ich land' ein bissl woanders. Ist nicht weit weg. Okay. Da gibt's nämlich ein geiles Auto. Okay. Ein Lamborghini. Okay, ist zwar kein richtiger... Ja. Wenn es heute steht einer, dann geh' ich nach's heute. Hab' Bock. Ich geh' nach Saletti springen. Warum? Da steht immer ein Lambo. Da steht ein Lambo. Ist doch egal. Ja, ich versteh' die Tankzäule nicht. Äh, warum? Das Auto ist zur Hälfte voll getankt. Sag' ich jetzt. Von meiner Seite aus. Und dann kann ich's nicht weiterladen. Äh, doch. Du musst halt einfach nur da hinstellen, dich. An's Auto. Du musst ja auch noch den, äh, Tank haben. Mein Auto steht da. Ungefähr. Aha. Aber ein Zolti ist viel zu riskant. Ja. Ich komm' dann direkt zu Pleasant. Wollen wir vielleicht ein, zwei Waffen? Ja. Du kannst dann gerne die ganze Brücke looten und dann kannst du zu mir kommen. Ah ja. Wenn ich schon Hilfe brauche, dann sag' ich dir Bescheid, dann musst du aber sofort kommen. Ja. Ja. Wenn ist sowas aufgefallen? Äh, unser Fahrenkreuz ist wieder da. Also unser Grund. Oh. Stimmt. Ha. Das ist mir jetzt grad aufgefallen. Das ist sonst immer nicht da gewesen. Ja. Hoffentlich steht das da auch. Nicht, wenn das, äh, immer wechselt jeder runter. Äh, ich seh da kein Auto. Der ja... Alter, nur ein Laster. Na, ein Duo kommt mit. Laster, doch. Laster, doch. Laster würde ich nicht mehr aufpassen. Nein, 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 nein. Die Laster sind ja kommen voll, Alter. Na, na, na. Ja, na, na, na. Hm? Ich bleibe dir auf, Klasse. Oh, wer ist das? jetzt ist die Fahndung ich komme mit Auto zu gehen Schnell weg Dickele gehen ja richtig auf weiter. Guck mal an! Sie sind Gegner. Oh, ne Tankseile geil, nehme ich mit. Oh, ne Tankseile geil, nehme ich mit. Oh. Oh. Ich werde jetzt voll gut mit dem Auto fahren. Oh, doch nicht. Und dann fährt er dagegen. Alter, ich nehme jetzt mal einen alten Bulli. Ja, gekillt. Oh, die sind blaues, Alter. Ich habe einen gekillt mit dem Auto. Wum, 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 wum. Oh, aua. Ah. Ah, das will es nicht haben. Es sind Viersitzer, Junge. Ah. Ja, vier Leute können wir. Nein. Ein ganzer Spot, Alter. Und hier sind noch Wölfe. Oh, du bist nicht gekommen. Ne, anscheinend sind doch viele. Komm mal rein, komm mal rein. Bau mal hoch, Bau mal hoch. Warte, lass runter gehen. Ein paar Metz fahren. Ja. Ein bisschen hoch bei uns, Skybase. Ja. Funktioniert richtig gut, wenn hier die, äh, Dings... Wenn wer? Warte, ich muss kurz gucken was. Äh, oh, verfeilt. Heid hat gerade, äh, also, oder, guck zu, keine Ahnung. Oder, keine Ahnung, ach, was, 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 keine Ahnung, Kritiker. Keine Ahnung. Heid hat geschrieben, hei, also, ich. Hallo, what the fucker. Es geht. Alles B. Im steht. Jetzt für den Schritt. Bist du schon im Farm, oder nicht? Nö, noch nicht. Gerade noch ein bisschen liegen. Nö. Ein HP hab ich, Digga. Ja, seh. Scheiss, dank. Bin verbrannt. Hattest du nen Gegner gekillt, oder bot? Ich bin verbrannt. Verbrannt, Digga. Ha, 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 ha. Überschlagen. Wie viel Metz hast du? Äh, ich hab insgesamt... Warte, ich geb dir mal mein ganzes Holz. 14 Pilz hab ich. Mein ganzes Holz schonmal. Ich geh schon mal in der Zeit nach oben. Aber, äh, fahr... Äh, fahr ihm schonmal ein bisschen noch. Dann wird was machen wir durch. Ich fühle mich auf den Fersen. Bisse. Jungen, busst mich doch nicht zu dem Auto. Oh, wir müssen zohne. Komm ins Auto. ja warte komm schnell schnell, egal, scheiß auf die soll ich einen Jumper platzieren? oh, hier ist ein Auto moin, was geht ab, du Kollege? oh, das ist dein ok, wir wollen mal was dann auf die Straße wenn du musst, kannst du jetzt auf die Straße fallen fahr ich doch Auto wechsel, Auto wechsel oh, geht nicht, doch nicht darf ich fahren? kannst du nicht fahren? ich fahr Truck sorry mach kaputt den Truck Slop brumm brumm tanken muss man auch, oh, hier steht ein Lambo ja, wüsste ich doch willst du mit reinkommen? tschüss, wie schnell ist das? ich frag mich wirklich, wie man es tanken kann ja, du musst es festhalten und dann da rangehen irgendwie oh, fuck boah, es passiert nichts na komm, ich stecke uns hier rein warte, ich kann ja hier so ein Kanister schnell komm warte, 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 bleib nochmal draußen ich geb dir mal mein ganzes Holz nochmal hier ja, und, äh das äh, ups und das hier und, äh, jetzt bauen wir hoch war einfach warte warte, bau doch nicht so schnell nicht bauen jetzt ich fahr schon äh, doch nicht ich war weg ich war der nehm ich komm jetzt schnell bau, 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 bau ok naja ja da gibt's kein dus atories alter mujer h requesting fahr weiter fahr weiter Bis alle ist und wir fliegen dann runter. Warte, bauen wir hier Fläche? Okay. Digga, das geht gleich schon mal auf den Sack. Gehen? Ja. Ah Digga, hohoho. Fahr zu Gegner. Hallo, hey! Die sind hier neben uns. Aussteigen. Ab ein. Geh, nimm jetzt mehr! Boah, ich hab da... Ich hab da gesnipet, wenn da oben... Einen hab ich noch gefüllt hier. Wenn da ganz oben. Ja, warte, ich will Niki auch raus und dann... ...kriegt der entweder einen Sniper-Hits... ...oder... ...und sogar unsere Skyfields. Unsere Rennstrecke. Besser. Vielleicht keine Menze mehr. Ah, High Ground! Lusche, Lusche, Lusche. Er ist ganz unten, hier unten ist er. Hier unten. Na... Sorry, ich muss mich allein lassen. Ja, alles gut. Versuch denn, wenn's noch geht, meine Karte zu holen, Leute. Amore, wenn's geht. Scheiße, er ist low, Alter. Low as fuck. Ja, er läuft, wenn er dann geholt. Einfach jetzt nur rein scrollen, damit er immer die ganze Zeit trauen kann und sich nicht hielen kann. No. Hä? Alles ist leer! Alles ist leer, Digga! Ja. Egal, lass jetzt mal wo landen, wo wir nicht viel Metz haben, formen, und dann hochbauen. Digga, das hat voll... das hat voll Spaß gemacht. Da find ich auch. Ähm, ich glaube... Hm? War doch hier doch immer so ne... Westlöppi war doch immer so ne richtige Stelle, wo es richtig viel Holz gab. Das Weepingland nur, oder? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wo, ich weiß, wo, ich weiß, wo. Ich weiß, wo... Na, oder? Äh, warte mal, Kirsch. Paletti-Land. Weiß. Weißt du, wo das ist? Ja, in der Nähe von Slöppi. Äh, versteh ich. Äh, von Holly. Zwischen Holly und, äh, Slöppi. Ja, ich mag hier. Ähm... Drei Jahre später, bis jetzt, ich meine, Runde bin der. Ah, äh, hier. So. Wann musst du ein Dorf? Dann, wann ich möchte. Worauf ich mich eigentlich gar nicht freue, ist morgen auf Jungklub und deine Cousine. Das ist ein Jugendklub und kein Mädchenklub. Okay, eigentlich, ich hab das keinen Sinn mehr gegeben, gerade, aber... Äh, da hin, bis auch noch da. Nicht. Wirklich, was für ein Lappen, Alter. Echt, Alter, was für ein Lappen bin ich halt, äh, äh... Wirklich? Was für ein Lappen sind die da? Na, hier kommen welche mit. Also, ob sie bei der Scalable es machen, oder? Ah, hier kommen welche mit, sogar. Digga, weh, ich hab' die mit. Ja, weil der Safe alle bei Stani gesehen haben. Hab' ich auch. Okay, Macarena. Weil ich kann mit dem Jagdwehr kämpfen. Ja, ich kann mit gar nichts. Ich kann mit gar nichts kämpfen, weil ich keine Waffe habe. Ja, ein Gegner, aber der ist down. Et'n Auto, ne. Nö. Fahr'n schon mal, ja. Ja, mach' schon mal, äh... Brauch' du Hilfe? Äh, ja. Ja, schon. Alter, das Auto hat Sonne-Range, Alter. 10 Kilometer. Wo bist du gelandet? Ich bin ausgelandet, äh, das war's aus und dann bin ich, äh... Äh, schon rum. Alter, wir Teamspielen. Ja, das ist, äh... Was? Wir sind auf dem Teamspielen, drei Leute. Verpisst dich doch mal. Ich würde aufpassen. Ja. Voll, du, du, du. Ja, guck dich, du, du... Ja, guck dich, du, du... Ja, wei-wann, weise Range. Ja, nur Range, Alter. Und dann siehst du es nicht hin. Ja, ich mach' dir füっ. Ah, das kann man anfangen, Miep Miep! Wo ist meine Karte? Scheiße, mein Tank ist gleich leer, ich muss den doch noch nicht füllen. Hattest du auch gerade durch die Wand ziehen? Ja. Meine Karte. Ja, warte! Schnell! Wachst du doch immer, Alter, ich wollte den Ocker füllen. Ein paar Mets und dann... Ich hab Mets. Oh fuck. Äh, sonst geht's dir gut, ne? Ja. Irgendwohm ich wieder. Äh, ich wollte eigentlich einsteigen. Ja. Also erstmal... ...hole ich mir Waffen... ...und farme jetzt weiter. Oh, das ist ein Auto. Warte, ich weiß, wo ich farme. Warte, ich weiß, wo ich farme. Wo bauen wir die Bandagen? Jetzt mal hier hin. Ding, das macht so Spaß, Alter. Naja. Warte, wenn die auch so viel Schaden machen. Wie du vorhin? Alter, das macht den Bock mehr. Warum? Das macht der mit der Küche zu, ja. Ja. Ich kenne mich wieder Holos. Ja. Ich tue so Weffing oder... ...Holy Hutt, gell? Äh, ich würde ich glaube in... ...Holy Huggins. Wie Hans lang? Holy Huggins. Hol eigentlich dich. Wenn ich nur 999 mit hab. Wenn ich nur 999 mit hab. Let's hopp. Brumm brumm. Ne, ich fahr mich mit dem, Alter. Geh mal weg. Oh, ne. Geh mal weg. Also ich würde Straßen lang fahren. Dann kommst du schon wieder anziehen. Rück auf Straßen. Was für Straße, es gibt Wege. Ja, vielleicht Wege. Wir fahren dann nochmal da zurück, dass du auch 999 mit hast. Ja. Jo. Jo. Wiederholen und dann fährst du mich da hin. Huiiii. Mach mal wieder richtig, wie du es geil bist. Hab schon mal den Auto. Weil, jeder nimmt ein anderes Auto. Da eingebracht. Äh. Hier wurde einer frisch wiedergelebt. Hm. Hm. FBR, I open up. Wirst du Schritte? Nein. Ja, ich will dann warten zu lange. Pachisch. Aber halt, ob die nicht mehr sind. Die sind safe mit Auto oder so weg. Hä? WTF hast du es gesehen? Ja. Hä? Das war auf Hälfte und dann... Das war auf Hälfte, Alter. Hm. Keine Ahnung, Digga. Können die erstmal... Äh, hier ist welche. Einer ist hier. Hawaile. Ja, einer ist hier wollen. Ja, well. Ja, well. Du... Du... Du musst mich jetzt... äh, wies fühlen. Fuck. Kannst du gerne Auto fahren, oder darf ich? Mh... Du kannst fahren. Aber ich fahr hoch. Nee, du... Nee, du musst fahren, Wendel. Weil... Warte, ich muss ja mal hier... ... Waffen holen und metz. Komm mal kurz her, äh, äh, komm mal her, hier, nimm dir mal, nimm mal das Holz mit, ruhig, äh, nimm nix noch, her, hol ich mal, ne, das Auto können wir nicht mehr fahren, Alter, die Reifen sind kaputt, ne, hier drüben sind noch bessere Taxe, ja, okay, ich hole noch ein bisschen Heels da, ja, ja, aber wir müssen schnell machen, weil die Zone ist bald glaubt nicht mehr da, ja, weil du musst unbedingt noch 200, äh, 900 Metz kriegen, 999, ja, ich bin jetzt schon bereit, zu machen, warte, hier bei mir ist ein Taxi, nimm lieber das hier, du kannst fahren, komm her, ne, fahr du, ich muss mich hier hin, okay, komm her, oh, diese Wette kreis mit dem hier, kann's, lass n Gegner, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, oh, weiter, so, ich kann mir nichts gönnen, so, ich fahr doch schon so schnell ich kann, Alter, doch nicht, warte schon, ich bin doch schon so schnell genug, ey, was liegt da an der Seite, lol, so, fahr'n, los, schnell, komm, du musst den Fahrer melden, da, da, ich helf dir sogar dabei, dass du nur aufsammeln brauchst, okay, fahr'n, pick-up, ich weiß, welches Pick-up muss ich fahr'n, da, du musst auf fahren, ne, komm, komm her, hier, du musst die aufsappeln, ja, du musst ja, ja, nehm' zwei Tankteile mit, zwei Tanksäulen, ja, warte mal, ich muss noch kurz was einpeln, wievielser hast du? Prozent Prozent okay so jetzt hat Pkw nehmen in dem Prozent hier geht er die Anwälte noch Prozent zu ich habe jetzt schon zwei Tanken sollen das können wir nicht fahren weil ich nehme das Taxe wenn die Zone kommt, bau hoch bau hoch ja fahr da rüber fahr über die erste Rampel ja, jetzt fahr auf die anderen Seite fahr 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 ok, wir fahren nochmal runter ja ich würde denn doppelseitig ja, lass mal kurz das Taxi wechseln mach boleh for alle lass ich dich einsteigen einmal bitte nur auf einer Spur fahren ... Ding, Ding, Ding. Äh, brauchen wir kurz ne Plattform? Ne Platte? Okay, Äh. Da auch, neben dir. Nein. Konnt aussteigen. Ja. Tank mal, tank mal. Äh, ja wie, ich hab nichts mitgenommen. So, ja, warte. Wie machst du das? Äh, einfach R2 drücken. Okay, steck ein, steck ein, steck ein. Bau, 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 ne? Ich baue Filter hoch. Sag mal ich Plattform bauen hier. Du musst sagen, du musst sagen. Bau Plattform. Bau Plattform, genau. Biss in die Zone erstmal. Ja, das sieht so dumm aus. Oh, oh, Digger. Nein, oh. Wir müssen langsamer fahren, nicht wenn wir schon auf der Höhe sind. Gehen wir können. Ja, dann bau. Ja. Warte. Können wir nicht mehr weiter hoch? Wir können noch. Nein. Ich bin noch verrascht. So, ich baue noch, äh, Treppe unter uns. Du siehst nicht. Ach. Mach den Scheiß. Wir bauen noch mal hoch, okay? Hier. Hier. Nimm. Warte. Drehen. Warte. Äh. Warte. Drehen. Warte, ich fang. Äh, hier sind welche, hier sind welche. Wer hat noch? Einer lauft. Okay. Einer ist da hinten noch. Auch lauft. Okay, gut. Geil. Geil. Geil, geil, geil. So, jetzt kann man. So, ja auf der... Äh. Äh. Baumenier liegt in der Hand. Warte? Ja. Wieder dann auf der rechten. Aber bitte weiter in die Mutter. Danke. Warte, bauen wir hier vorne eine Plattform? Oh. Warte. Hör. 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 Hä? Was ist das? Was ist das? Okay, wir fahren immer noch mal weiter. Easy. So, jetzt hier mal hoch. Ja, okay. Komm her. Hör schon mal. Hör. Oh, das war knapp. Hör bitte vernünftig. Hör bitte vernünftig. Ich fahr vernünftig. Finde ich gut. Ja, so musst du bleiben, denn. Hör bitte auf eine Linie bauen. Bitte auf eine Linie bauen. Ich kann nicht nach uns gucken. Ich weiß nicht, wo hoch wir sind. Hör. Junge, das brauchst du nicht. Egal, wir fighten jetzt. Wenn wir es überleben. Warum steckst du aus? Ja. Hör. Ich bin die Culli. Junge! Ah, ich habe einen gekriegt. Mein Kill. Wow! Egal, Digga. Nächste Runde wird's bestimmt besser, aber jetzt weiß ich wissen mal wie's geht Moin! Meister! Ja, ich geh zu diesem Typen! Hab ihn! Easy, Digga! Easy, Digga! Ich hab zwei, hab hier! Ja, ich hab aber nicht! Nicht gut! Da liegt noch Loot! Ach, merk ich! Da oben sind noch welche, pass auf! So, siehst du die Daumen! Ja, sehe ich! Warte, ich nimm den Tankkorn, ist doch mit! Ich hab keine Mets mehr! Beide haben einen Hit gekriegt! Warte ich geb dir was! Hier! Komm, hast du diesen Jump Pad? Ja! Guck mal da! Guck mal da! Guck mal da! Sieht so geil aus, Alter! Das geht so schnell! Das geht so schnell! Bro! Dann die letzten zwei! Der hat keinen Heal, Digga! Oh mein Gott, war das close! Hey, ich kann, ich kann, ich konnte mich einfach nicht bauen, Digga! Ja! Tanksöl! Äh! Ist doch, da unten ist noch wer! Da sind zwei, ne? Oh, der baut sich grad hoch! Oh! Ja, egal, Digga! Nix runter! Mach bereit! Du darfst aber auch nicht sterben! Nix runter! Ich hatte zwei AP! Egal, los! Ah! Was gerät, Bruder! Sag mal hei! Hei! Juss! Hehehe! 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 Ja, aber überleben! Ne, du landest in dieser Ecke und farmst direkt! Ach! aber da muss ich da landen guck mal wie weit hoch du schon bis jetzt ich bin 45 36 unterschied zwei und ein viertel braucht die drei und ein viertel brauche ich noch zum das ist ja da drüben er ist auch da sind unter mir auch genau auf mein radar so pass auf ich habe keine fans ich habe keine bomb vernünftige ja ja wir müssen halt und erwischen oder keiner kommt hier kommt jetzt explodiert das auto noch und bei den dornen jetzt wird es kein schade kriegt wieder hallo Jan? Ja, Jane ist nicht da, aber wir sind wieder... Oh, ich bin immer noch da. Mhm. Ich bin immer da. Mama, so hab ich nicht gerettet? Weil ich gerade nicht gespielt habe. Hm? Weil ich quasi stürmte habe. Das war so. Jetzt kommt wieder wer mit. Nö. Ich sehe keinen. Okay, doch. Da oben. Erstmal zusammen landen, Ben. Landen hier. Na, Puste. Na, Puste. Na, Puste. Okay. Ich hab ihn ausgelockt, Digger. Hallo, HIPO. Alarm. 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 Motherfucker, girl. Ich würde sehr. Thank you. Amen, jetzt. denn aber ich habe jetzt bisher ein benzinkanister ich habe ein benzinkanister muss entweder hier finden Prozent Prozent ja ich hab mit mit und und Ich hab eh nicht noch gewacht Also hier liegt alles brennen, ja Letztes pro Monat circa Ich muss den Laster bauen Mach es nicht Ich muss nicht, wenn ich den Laster bauen Ich fang wieder mit dem Taxi Ich fang wieder mit dem Taxi Hier ist wie nett Falt hätte ich gedacht Ja, wir müssen trotzdem einfach machen Ich will Brauchst du noch Metzbe? Ja, nur heute mit Teilen Versuch mal Oder wir versuchen mal Nur Full Metz zu bekommen So jetzt Stein Weißen Stein mit Stein mit Mit 2 Also, äh Ich hab hier über einen Oder Äh Das war noch die Beste Ist da jetzt Wie geht das denn? O Ne Ich hab hier Ja, ich dachte wir fahren noch weiter. Da brauchst du immer zwei Wände. Wenn du weiter nach hinten fährst. Oh mein Gott, ja. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Jucke! Ben! Dann bau hinter dir, hinter dir. Bau hinter dir. Okay. Fang mal, fang mal. Du brauchst hier ranhalten und dann schießen. Schießen! Schießen, Gedürgtheit. Ah, okay. Wusste ich nicht. Tut mir leid, Ben. Nein, ich bin runtergefallen. Aua, Junge, Digga. Ach, ne. Dann rennen wir einfach schnell da hoch. Ist ja nicht bald, also. Komm. Hier gibt's nichts zu drehen. Hier ist kein Auto. Nein. Oh shit, schießen uns runter. Ich bin auf dem Auto. Ich bin auf dem Auto. Ben, du hast mich weggebonzt. Ich bin auf dem Auto. Ich bin auf dem Auto. Digga, was macht mein Auto? Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Oh, guten Tag. Und da unten sind wir so. Ah, der ist auf dem Schnee. Einer hier ist bei mir, Ben. Nein. Hast du hierbei gehabt? Ne. Ja, scheiße. Wo ist das Auto? Ja, Digga, ich bin da. Ich bin da jetzt. Komm bei euch, Hufen. Äeh, Da confronting. Komm, Ben. Machen neue Runde. Ja, finalmente. War nicht lang, du villst du auch da hoch sah! Aber wenn ich ja mal so gestern bin, dann sind wir wieder. Mal einen anderen. Oh, halt. Ach, so eine Enttäuschung, Alter. So eine Enttäuschung sind wir. Na aber entweder da sind welche oder woanders sind welche. Ab wenigstens haben sie uns nicht gekillt. Ne? Ach, sie haben sie gekillt. Ich hab sie gekillt. Ja. Zum Glück hast du mich noch weggebounced, Alter. Ben, erstens hast du mich weggebounced. Und zweitens, ich hätte es überlebt, hättest du mich nicht weggebounced. Und ich wäre dann aufs Sprungpad gesprungen. Da kann ich ja nichts weggehen. Aufs Sturzpolster. Aufs Auto nicht steuern. Wärst du hingestiegen in der Luft? Als mal bitte weiter an dein Headset drangehen oder an dein Mikro. Warum sagst du das nicht früher? Okay, wir haben perfekt, Digga. Oder wir müssen irgendwo landen, wo es auch viel Stein gibt. Ich lande zuerst hier, wo wir gerade eben waren. Bei diesem Stein kommt man zu dir wieder. Danke für die Antwort. Hallo. Ja. Ich glaube, ich stehe mich die ganze Zeit, weil ich mich gar nicht voll sehen bin. Mit diesem Update hat Fortnite jetzt wieder mehr Hype bekommen. Sein Süßtiger. Hier kommt jetzt mal keiner mit. Aber ein Lampo findet man auch nicht einfach so mal. Ne, wenn mir kommt keiner mit. Okay. Lächer rausstellen. Hm? Ich sollte jetzt Lächer rausstellen, ob ich in der Zone bin oder nicht. Ja, hoffentlich sind wir noch einmal in der Zone. Oh, das ist so, Baba. Ja! Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lächer rausstellen. Okay. Okay. Ey, also ich kann uns beide auf 200 zielen. Okay. Wenn ich jetzt einmal minus finde, dann schon. Ja, ich finde noch einmal minus. Was, was ich denke. Okay. Okay. Ich habe jetzt einen Kalister. Okay. Ich habe jetzt 280 Steine. Ich denke, dass wir alles noch hier vorne sind. Ja. Das bin ich. Hast du zwei Minis? Nee, leider noch einen. Schade. Ich habe jetzt zwei Kanister. Ich habe jetzt zwei Kanister. Immer wieder voll Holz. Ja. Wir fahren trotzdem weiter. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Ey, wir sind immer so. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Ey, wir sind immer so. Da vorne sind. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Ich bin voll. Ja, ich bin voll. Ja, ich bin voll. Ich bin vollen. Ich versuche mir alles zu geben immer. Wenn du bei jedem mehr als über 100 hast, dann außer bei Holz, kannst du da nicht mehr, geht mir nicht. Ich farm Metall und du farmst Stein. Ich baue jetzt hier einmal ringsherum ab und dann ist das so wieder cool. Also wenn ich das hier alles abhaufe, dann bin ich fast voll Stein. Ich habe mir einfach einen Ludus Prozent nur wenn ich lache wenn das hier entzogen ist die noch einfach eine kiste noch aufgegangen ja hier hier ich steig habe ich nicht mehr wir haben jetzt guten Metz wir sehen uns ja sehr dumm halt ich brauche auch ein bisschen Netz, als wir runterfallen ich kann mir ja nur mein ganzes Metall dann geben ja, den bräuch ich erstmal nicht brauchst du das jetzt wir haben jetzt noch ein bisschen Schöne oder so wir nehmen auch Boden aus Holz und aus Stein und aus Rimetall äh, mein Kind hat doch gar nicht mehr gesehen nach dem ganz nichts gebraucht hm nach dem ganzen Gefahr mal kannst du Sturz, Sturz, Sturz? kannst du das nehmen oder was? wenn du die Dings nimmst dann hier ne, ich nehm das Ding ja geil, perfekt, guck mal die Zone an wir müssten aber ein bisschen weiter hinten anfangen nicht fahren nicht fahren wir müssen gehen wir mal ein bisschen nicht fahren nicht fahren ich hole jetzt erstmal nicht durch mal Baume anbrechen warte dann lass mich wenigstens noch hier voll Stein machen ja da oben ja da oben, guck mal kann hier jetzt auch noch machen Fein, mach mich da oben schnell dann kannst du für dich da noch ein bisschen mit zu fahren ok, dann voll ok, dann voll geil, reicht erstmal komm, ihr reicht ja, nimm ruhig mit, mach mit die hat dein Fenster zu kaputt gemacht du verlorst ok so hier drehen wir jetzt rum dann fahre wir doch auf die Straße und dann setze ich die ab so ganz setz mal ich setze jetzt erstmal nichts weiter so dann fahre wir doch auf die Straße so auch schon mal da oben ja, ok, so wir warten bis Zone und warten für gut was baust denn du? ach, kaputt nächste Runde, was du dran mitbauen willst in deinem Fahrrad nächste Runde nächste Runde baust du und dann fahre ich und ich fahre unten Digga, wie langsam ist hier die Zone, Alter jetzt ein runterfallen ey, du, wir müssen Mütter so umgehen ich weiß ok was machst du dann können wir hinter uns stellen mal kurz brauchst du alles zu junge gesagt wird sich kurz hinstellen weil ich will jetzt mal betanken schießen dafür hier ran und dann schießen er schafft es aber ich war ein bisschen langsamer Was brauchst du nicht? Digga, du sagst, je hitte. Digga, wir drehen kurz rum und fahren da ruf. Ruf, ruf. Ruf, da. Bitte, bau nochmal. Oh, das ist nochmal. Schieß mal kaputt schnell, schieß mal kaputt schnell. Ja gut, reicht. Okay, du fährst jetzt da einfach weiter, wo wir auf Dürer fahren. Ah, du musst auch bauen. Ja, Marco. Bauen, ne? Ja, ich halte schon wieder Zeit. Und jetzt. Und dann. Oh, zum Glück überleben wir das. Ja, ich halte schon noch. Das ist ein 9,2 Meter. So, warum verstanden denn? Wir müssen ja jetzt langsam mal fahren. So, bau jetzt mal ne Platte hier oben. Warte, warte noch nicht. Bau ne Platte hier. Bau Platte. Ja, ich halte nicht. Bau einmal rum. Okay, ich fahr rückwärts. Warte, warte. Oh, gut. So, wir fallen auf den Punkt. So, wir kommen raus, denkst. So, wir kommen raus, denkst. Ja, lass mal kurz raus, denkst. Warte, komm her. Warte, komm her. Hier. Hild dich. Das Auto ist voll. Okay, ist voll. Mach's jetzt die ganze Zeit, wenn wir anhalten. Wir müssen auch langsam mal hier ganz normal fahren. Weil das geradeaus einfach. Nein. Oh. Wir müssen eigentlich da in diese Richtung lang, da wo ich gerade hingucke. Ja, du los, Bau. So. Warte. Kannst du bauen? Ja, kann ich. Warte lang. Langsam, bitte. Langsam. Ganz langsam. 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 Hahahaha. Pass auf. Warte, wir fahren erstmal so gerade. Ja, hast du erreicht. Also, es ist wie ein Schirmwein da runterfliegen bei mir. Stopp mal, guck mal. Oh, was ist das? Ach, Mann ey. Stopp mal, bitte. Ich wünsche uns noch auf die Bühne. Oh hoch. Ja. Fahr doch hoch. Ja, fahr da. Schräg wieder. Jetzt gerade? Ja, ab. Schräg, ich baue, okay, baue. Mach nicht, gib Gas, gib Gummi. Ich geb Gas, ich geb Gas. Einfach durchdrücken. Ja, mach ich die ganze Zeit. Ich sag dir, wenn ich... Wollen wir eine Platte hinter uns? Ich seh nichts! Ich seh nichts! Bleib still, bleib still. Bleib still. Bleib bitte stehen, bleib bitte stehen. Fahr mal ein bisschen weiter geradeaus. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. So, stopp. Hier, komm her. Warte, ich geh ein Stückchen hier hin. Äh, ja. Tank voll. Hä, warum pisst du da hin, Junge? Hier hoch bauen. Hier hoch bauen. Hier hoch bauen. Hier hoch bauen. Guck, Gummie. Sie müssen hier bleiben, wir müssen... Bleib, bleib. Bleib, 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 bleib. Bleib bitte. Guck mal, da unten. Hast du ne Sniper mitgenommen? Nee, hatte einer. Nee, hatte keiner. Ah! Also ich hab ein Trampo... Ich hab ein Sturzpolster für uns. Sie müssen hier auch nah am Auto bleiben. Ich seh halt auch keinen, ne? Ich seh halt auch keinen, ne? Ich seh auch keinen. Das sind die letzten, äh, vier Gegner. Da und so oder so. Versuch mal was zu markieren. Guck mal, unsere alte Skybase. Das sieht halt so geil aus, ne? Aber das musst du halt unbedingt auch nicht bauen. Aber das musst du halt unbedingt auch nicht bauen. Hä? Wo ist denn das? Wo kämpfen die denn? Die halt. Ich geh mal ein bisschen weiter runter. Oh! Guck mal wieder hoch, bitte. Warte, mach mal Autokost weg. Nein, alles gut. Guck mal. Ich will noch versuchen, ob ich was bauen kann, ja. Weil wir müssen, ähm... Guck mal hier weiter hoch. Guck mal hier unten. Baut mal weiter hoch. Baut mal weiter hoch. Baut mal wieder hoch. Einfach hoch bauen. Ich komm mit dem Auto hinterher. Guck mal, äh, schloss. Wenn, wir bleiben ja noch nicht. Warte, warte. Weil du musst halt, äh, du musst halt, äh, du musst ja auch wegmachen. Baut mal, warte. Warte. Baut mal ein Stückchen nach hier. ich fäll' runter, pass auf, der Stumpulsauer Weihach, fers! Da sind welche Jo, bester Mann, Dinger Lower Habein Ich glaub, das war ein Bot oder so Oh, wo brauchst du denn hier? Huch Der bei mir ist einer Bei mir ist die Krominger Ah, den Konfient gleich unter Kontrolle Der ist bei mir, bei mir Ah, ist fast für den Trick Ja, okay Hier oben Also er hat viel Schicksal von mir Hier unten, genau hier unten Da Ne, da Da, da Ja, hier vorne ist er jetzt Mich brauchst du irgendwie Alter Unser Erste Epic Win, Alter Der killt sich selber, Dinger Dam, 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 dam Oder? Ja Okay, jetzt machen wir andersherum Da musst du deine Metzen hier geben Jo Ich fahr aber für dich Ich fahr aber für dich Auf jeden Fall braucht man Storzpulster, Ben Ben, ich hab extra noch gesagt, bitte stoß mich dich nach unten Vor allem Das war halt so komisch, ne Die Autos fahren halt immer schnell oder auch langsam Aufgerade stecken die sehr schnell Döp, 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 döp. Kann man doch mal machen Ja kann man machen Ah huu Ah huu Ah huu Ah huu Meinen Ah huu Ah huu Nein duuuu Ja Ah huu Ah huu Eääähh Ah huu landet du mal hier und dann gehe immer weiter nach vorne zum stein und dann kommt zu mir mit schock richtig das ist ja da hast du mir kommen welche mit ja gucke das ist schon das problem du holst den auto das machen was wir machen wollen der steht nirgendwo mal irgendwie lang oder so das ist so spitz vorne außerdem hat der lambo wir müssen unbedingt ein sniper mitnehmen ja hier vorne steht ein truck Ich bin eben in meinem Fall ein Sportwagen Ja, es reicht Farmbiber Statt den Runden hier zu drehen Richtig doch Ich denke ich habe Granaten hier von der Wetter Ja, dann fahren wir hier Ich habe hier schon ein bisschen Vollmetz Ich fahre schon mal hier ein bisschen für dich Ja, ich fahre mir das ganze Stein an Ok, ich fahre mir ein bisschen für dich Holz Ja, lass versuchen jeder 2000 Mets zu bekommen Ich fahre noch mal hin Nimm auch zwei so eine Teile mit Grüß Also hier ist schon mal Fullmetz für dich Ach, Holz, ok Ach, Holz, ok Ja, Holz, passt zu dir und dann Ich fahre mit den Zornen 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 Was soll man noch sagen? Ich fahre mit den Zornen 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 Ich habe jetzt 400 Steine Ich hab jetzt 850 Ich fahre mit den Zornen Dann gib mir gleich so viel, dass ich voll bin Und dann den Rest nimmst wenn du mit Boah, ich fahre nur auf den Dings nicht rein. Neh, auf jeden Fall 60. Okay, das ist wieder. Okay, das ist wieder. Okay, das ist wieder ein Video und dann noch mal was. Aber jetzt ist wieder ein Video. So, ich geb dir erst mal alles, alles was du aufnehmen kannst. Kannst du mitnehmen den Rest. Okay, sehr schön. Das heizt wieder was du brauchst, ja. Hm? Das heizt wieder was du brauchst, ja. Ja. Erstmal genug. Wie viel Metall hast du? 3. Ich hab 380. Dann bekommst du 380. Das ist eigentlich genau 400. Oh, hier sind wir wieder Gegner. Und wo ist die Zone? Oh, nein, nein, nein. Och. Egal. Wir fahren weiter außerhalb. Warte, wir tanken mal voll, Jaden. Oh, ganz schön wenig. Ich will nicht nachher fahren, oder? Ich glaube. Ja, ich fahr erst mal dahin, wo du fahren sollst. Und voll. Ich fahr mir nochmal dein restliches Stein. Ich fahr mir nochmal dein restliches Stein. Die Jaggewehr, Alter, wichtig! Ich habe noch ein Jaggewehr. Ich fahr mir wichtig, oder? fack hier fliegen welche mit heli die sehen uns nicht geil bitte nicht bitte nicht bitte ich tanke noch mal voll ja kann ich fahr erst mal rückwärts bis hier hat erst mal rückwärts zu mir die hast du adhs ja mehr mehr fahr zu mir dreh bleib steh chill fahr lieber nicht so lang fahr lieber nicht so schnell mein ich ja so so fahr einfach drück einfach durch junger fahr ok unter uns sind welche direkt schützt jetzt die da kommen wir wir rangen hier schützt schützt einer einer schützt 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 hier reden überlebt das alter frage ich mich oh sie müssen wieder zurück schälen ja wir müssen fahr du beim fahr du jetzt einfach oder ich fahr jetzt einfach Guck mal, was du machen solltest, ist einfach nur so fahren, so, dann rum, warte ich gebe den, äh, du musst fahren, ne, oh fuck, warte, oh fahr, chill mal, Digga, das macht Zweierfix, fuck, egal, ich hab ihn ja, äh, ja, wenn wir gut sind, dann versuch mal in der Gerade, ey, wir überleben das nicht, ne, fahr schräg nicht, fahr einfach, fahr doch, fahr einfach geradeaus, alter, ist das knapp, alter, Junge, was ist jetzt, bitte, 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 warte, 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 stop, warte, stop, fahr, 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 ich hab keinen Tank mehr, warte, 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 fahr rückwärts, okay, steck aus, warte, ich baue schon mal ein Stück wieder hoch, ach, zu scheiße, eh, meins ist leer, okay, äh, gib mal, ach Ben, alter, brauchst du noch was, gib mal alles, was du hast zur Zeit, stein ja nicht, okay, sammle wieder ein, das restliche, komm rein, fahr, 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 du, fahr, fahr, fahr schnell, oh mein Gott, das war so knapp, knapp, das war so knapp, ja, genau, also Ben, also ich fahr jetzt einfach nur, äh, komplett geradeaus, fahr einfach, fahr nicht so schnell, fahr nicht so schnell, äh, stopp, merk ich, ich, das, darum, darum, nicht so schnell, ah, chill, Digga, ich bin low, never, fahr einfach da hin, okay, dann nicht, hast du Hilfe für mich? gar nix, ich brauch hier, oh mein Gott, jackpot, golden is gone, oh war da, hier, ja, komm mit, ich, da muss noch, Jacke wirмо, aber, ich, muss noch nicht, n, was's, nicht, saß, sechs, fasSE, fahr, fahr weg, fahrdzone, weiter, weiter, fahr hallo ich fahre jetzt 13 kv ist mir egal, Frau weiter schneller mach schräg weiter ich muss langsamer fahren weiter weiter wenn ich so fahr grad aus was war es du fährst du fährst keine Ahnung fahr da hoch ja fahr trotzdem da wieder hoch fahr aber richtig lass mich fahren oder doch nein fahr du bekommst den fahr schneller fahr ruhig ähm gib mal ein paar hier rum bleib stehen fahr das nicht was wie fährst Aber ähm, das macht doch so Spaß, Alter. Wäre jetzt so scheißegal, wenn ich sterbe. Oh, oh, da war Gegner. Ähm... Der ist da oben. Das Ding brennt einfach. Ja, ist gut, äh, ja. Wer ist da? Hier oben ist aber auch einer. Geht doch nicht, entscheid. Der ist ja, äh, mit TV's Ding. Also, abgeschossen. Einer 100er. Ja, einer 100er. Ben, ich hab den Kill, Alter. Geil, Digga. Der letzte. Ben, 2 gegen 1, 2 gegen 1, geil. Was hat denn der bei gehabt? Oh, geil, Granatenwerfer. Wenn du Pumpkan. Oh, hier ist ein Lambo. Ich bin tot, Digga. Ich bin tot, Digga. Egal. Der hat nen Grabflug. Pass auf, der fliegt grade. Komm, du holst das. Oh, egal. Ich kann nicht bauen. Ich konnte nicht bauen. Ach, sieh hier nicht. Lass, lass jetzt einfach mal random einfach ins Heute landen und die ganze Zeit nur mit Auto umfahren. Oder bis zum Endgame Auto fahren. Ich muss gleich aufgehen. Ich muss gleich aufgehen. Ich hab Ferien, Alter. Musst du früh ausmachen, Alter. Weiß mich auch. Bundes, muss, wenn du mal immer kaputtst. Man kann hier, wenn du eigentlich verbans Double ist. Das ist wirklich das. Das ist einfach. Oh, das ist einfach so cool. Du musst. Du bist. Uh, nicht mehr Grund? Was ist es? Nur, bis jetzt nicht mehr. Oh, das ist. Oh, das war nicht mehr gut. Aber wenn du Auto in ihm bist, was. Ja, ho, das war nicht mehr. . 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 Ja, erster. Vor allem, es reicht für heute, Alter. Hast du überhaupt noch gar nicht gezackt, oder? Äh, äh. Gestern habe ich vorher mit dir eine Stunde gezockt. Du durfst einfach nicht mehr spielen. In Selchens, hier gibt es einfach kein Auto. Äh, ja, wie soll da wohl schon ein Auto sein? Hä, warum? Die könnten ja hier wenigstens eine Brücke rausmachen können. Du bist doch nicht so schwer, oder? Wie langt ihr direkt bei der Tankstelle? Äh, da sucht sich ein Auto und dann fahren wir weg. Da gibt es meistens immer einen Lambo. Gut, nach vorne. Du bist noch da, ja. Hm? Also kommt einer, kommt nicht? Steht hier ein Lambo, steht hier ein Lambo, steht hier ein Lambo? Nein. No, steht hier kein Lambo. Hier vorne ist ein Truck. Ja, der Typ, der fährt einfach mit dem Auto. Mit dem Truck, meine ich. Ja. Jetzt bin ich runter. Ja, ich bin runter. Ich muss da hin. Ich bin nicht mehr trainiert, die Auto macht's. Äh, ich bin runter. Der shit, geil, lasst kaum. Ich hab erst mal zu Jayden gefahren. Anscheinend braucht der Jayden Hilfe. Wo ist der Typ? Ja, genau über dich. Ja, Digga. Irgendwas explodiert hier meinen Nacken, Alter. Eine Runde geht noch. Ne, wenn die Runde da so schnell vorbeigeht wegen dem Pitcher. Fuck, Alter. Ich hab ne Idee, wir landen bei der Rücke bei Pleasant Park da in der Nähe. Und fahren wir dann nach Pleasant Park. Was? Digga, das macht einfach keinen Spaß mehr normal zu spielen. Oh, das macht mehr Spass. Alles andere. Geil, weil das Auto auch so schnell ist. Geil, weil das Auto auch so schnell ist. Ich weiß nicht. Ich gucke hier bei dieser. Ich lasse die Rücken. Dann tanken wir unsere Autos voll und fahren nach Pleasant. Busfahrer. Habe ich schon längst. Ich bin immer der erste Kasten. Ich bin immer der erste Kasten. Ich hab' je gefunden, oder? Ja. Ich hab' geschrieben. Ich hab' geschrieben. Wie viel Betriebe. W-was hast du gesagt? Hatte deine Mutter, dass du gesagt, dass du etwas sagen sollst oder nicht? Ja, wenn sonst... Ich bin halt... Ich hole mir mal ein anderes Auto. Ein schnelleres. Es gibt auch noch Herausforderungen für die Autos. Die kommen noch rein. Zum Beispiel tanke ein Auto. Und wie tankt man jetzt? Mit der Schießkaste. Und? Aber man muss auch richtig ans Auto rangehen. Muss man eigentlich nicht. Denke ich. Denn ich habe da die Tankzäule noch mitgespritzt. Bespritzt. Oh, das ist ein Truck. Abstelleres Auto. Ich komme jetzt zu dir und mache einen Drift. Was machst du da? Ja, okay. Okay, ich tank auch nochmal voll. Warte aber auf mich. Ist so gut. Jetzt, jetzt, guck, jetzt, guck. Oh, fuck. Dann, ich verspritze dein Auto. Ich würde es machen. Dann. Hör auf. Hä? Ach, Digga, Jane, hör doch auf. Ich fahr weg. Tschüss. Auto-Gang. Ich fahr weg. Ich fahr weg. Ich fahr weg. Komm mit. Alter. Alter. Also, einer hat uns ein 18er-Fugel. Ach, hier sind Bots. Ach, hier sind Bots. Ach, weg, 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 weg. Das kann ich so schnell machen. Ich auch nicht. Ich fahr weg. Ich fahr weg. Ich fahr weg. Ich fahr weg. Auto wechseln. Ich zeig dir, wie du mein Fluss gemacht hast. Ah, Iselwäsche. Alter, Alter. Oh, äh. Vorweg, 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 vorweg. Ich werde es bleiben. Ey, hier ist ein geileres Auto. Es ist aber leer. Wieder nach vorne. Ja, ich bin da noch drin. Vorweg, vorweg, Jane, komm. Wir fahren, wir fahren jetzt weg. Das ist ein Kloch. Ich brauche mir nichts rein, äh, hier. Äh, Lukas, da. Machst du auch was? Ja, ich weiß nicht. Komm her. Danke. Bitte. Nee, ich lebe auf den Kloch. Lass. Weg hier! Angriff! Weg hier! Weg! Oho! Ah, Ben die! Oh, Ben! Oh, euch, ich hab keine Mets! er ist ganz oben ich fahr mit dem auto weg ok doch nicht komm denn eine runde noch eine runde ich hab ich hab die idee digga guck mal wir holen uns ein auto hier unten ungefähr und fahren dann bis irgendwo anders die straße ja und dann fahrheit weiter der keine metze weil wir kaum gefahren haben während wir einfach gerade ausgefahren wenn man auch wieder ein streben am abend mach ich fahrrad stellen sollen nur die autofahren stellen also man wird sich ein auto und dann fährt man einfach nur die straßen entlang man darf nirgendwo auf den weg und man darf nur mit dem auto fahren das ist besser halt wenn der gegner sind dann kann man sich einfach straight durchfahren oder wollen wir hier starten oder wollen wir hier starten dann zwischendings lang okay los da wo wir landen wir fahren eine oder zwei paletten ab nimm eine waffe mit vielleicht ein bisschen schild und dann fahren wir los und dann eine woche lang kein streben mit mir und dann eine woche lang kein streben mit mir ich habe urlaub gemacht denkst du was ich immer mache was du nicht machen kannst baden ich dachte du kannst nicht ich dachte du kannst nicht wegen deines was du so besagt hast ja ich habe einen dingo und eine ja ich habe einen sniper und einen tech und eine kiste noch so das dings schild habe ich dann gehts los das ist ja bevor schon ein tolles Alkoholisieren mhm ok hehehe miau 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 nein nicht schuld, sondern nicht doch gut gemacht verpiss dich, ich will mir kein Mist trinken ok habe ich auch ein Auto hast du eine neue ah da fahre mich mal kurz da irgendwo hin wenn ein anderes Auto geht ich fahre ähm ja nicht berg hoch also fährst du lang junger ja ja wir fahren an herr holly vorbei vielleicht finde ich da besseres Auto wir fahren an herr holly vorbei hier ist ein Tank nehm ich schnell mit nehm ich schnell mit lass irgendwo voll tanken ich fahre da zum Tankbohr hier vorne ist ein Tankbohr ne ich weiß ja da fahre ich auch hin da lass beide ins Taxi nehmen alter ne ich wollte nicht ein Taxi denn wir sind die Taxifahrer es wird ge... tank komm her ich tanke die Pippi machen Boxen stopp boah Boxen stopp hallo Digga Jayne alter sei doch froh dass ich für dich tanke Alter Digga fahr doch mal weiter ran danke haha ja ich hab's kapiert rum 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 Alter 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 der Schnellste Alter Alter ich fahre einfach 64 ich auch ich fahre einfach 64 jetzt 60 wie dürfen die 60 fahren äh wollen wir jetzt schlop-tocken die kannst du nicht machen jetzt schlop-tocken warte ich warte kurz ich bin so kalt danke sehr danke Schatz hier guck mal dein Lieblingsfarbe Auto wow und noch Taxi ich hätte lacht wenn das jetzt ein Lambo wäre ich nehme das Rote ey da hinten steht Lambo ja hier ja ja Oh geil! Jesus! Alles zu voll! Brauchst du mit rein? Warte ich! Aua! Irgendwie das rote Kugel. Schöne ich wie schnell das ist? Ich war einfach 70 Junge. 80. Soll ich irgendwie auf dich warten? Ok ich muss tanken. Bitte kommen, bitte kommen. Oder I'm coming, du? Ben, ich komm, ich tanke. Ich komm zu dir und tanke auch. Ich tanke auch. Boost! Ich bin auch nicht runter gekommen, ich fahr nur 90. Ich fahr nicht. I'm back. Keine Business. Ben, ich tanke. Ben, ich tanke. Ok, tanke. Willst du vielleicht mitfahren oder so? Ne. Das ist leicht. Ne, ich muss auch schon fahren. Alter, das ist ja voll krass, dass man hier einfach einen Lambo findet. Ich bin schon. Geh in dein Auto rein. Geh in dein Auto rein. Wo müssen wir jetzt fahren? Er ist straße lang. Was ist jetzt? Man kann einfach nur 90 fahren. Wenn, Alter, hier nicht richtig viel mit. Fuck, ich muss weg. Diese Mods. Was? Warum lag doch da vorne so viel Lut? Was? Als ob, ich würde gerade stoppen. Warum kommen die mir hinterher, Alter? Habt ihr Probleme? Fahr die um, genau. Alter, wie schnell ich bin einfach, Alter. Ich bin fast hinter dir. Waren 60. Waren 60. Waren 60. Ist hier ein Lambo vielleicht? Das ein Lambo, das ein Lambo für sich. Geil. Aber ich fülle auch mal schnell mein Dings auf. Wo, wo, wo? Ach, da vorne, da. Jetzt auch geil. Ich fülle mein Ding nochmal auf. Lade das Ding direkt auf. Ja, jetzt auch so schnell kann ich. Oh, das ist ja so. Ich fülle mich nicht mal. Ich fülle mich mal. Hallo? Hm? Jetzt? Oh, der Lambo hat gerade so kaputt ist. Oh, wie schnell der ist. Aber wo ist auf, ähm, auf, bauen, also, bauen wir mit dem Ausland? Ja, auf, auf. Oh, Verkehr, Verkehr, Verkehr! Ey, hier gibt's keine Straße mehr. Da kommt welche hinter uns. Egal, wir fahren einfach weiter hier. Hier ist die Straße. Komm, wir fahren zurück, Jane. Hier ist ein bisschen bessere Straße. Hier ist ein bisschen bessere Straße. Das heißt, ich komm gar nicht mehr anziehen, aber... Aua! Ben, guck mal her, ich zeig dir einen richtigen Abflug. Guck! 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 Guck mal bei mir, Scheiße. Ben, mein Ding ist fast leer. Kein Tank. Ja, und mein Auto. Oh, äh... Ich fahr wieder weg. Ich fahr noch... Weeping. Tschüss! Äh... Ich komm mich holen. Ich versuch sie jetzt rum, richtig umzuhaben. Hier vorne drin. Hey, ihr Pilzsäcke! Äh... Hier vorne drin. Du. Opa! Wie ist das... Ja, ich habe ihn. Was ist der Weg? Was ist der Weg? Oh mein Gott, Digga. Ich muss weg Digga. Sorry. Ich fahr krank jetzt eh wieder. So wie man mich kennt. Ich fahr weiter. Ich fahr weiter. Oh, einsteigen bitte. Zeig dir mal, wie ein richtiger Drift geht. Ich fahr weiter. 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 Auto! Auto! Geil! Pantagen! Ich scheiß jetzt erstmal auf Auto! Egal, Challenge bestanden, würd ich sagen. Okay, einer wurde rebootet, egal. Bis uns lädt gehen zu können. Okay, jetzt verdammt. Es ist schütz! Tschüs! Guck! Kurt! Guck! Da. Guck! Dissauberen! Ich denke hier einfach wieder Stinkbombe Ich denke hier einfach wieder Stinkbombe Nimm mal Ehrmädlinge Ich helb jetzt Oh 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 Ich bin tot Ich habe keine Metsdinger Ich bin tot Egal, ciao, bis morgen Ich würde sagen, das war's mit dem Stream Lass' gleich, lass' ein Abo da Und ja